Deine Hand wäscht die Hand, oder? Und ich bin verdammt die Hand wäscht. Wie, wie dreckig er lacht. Bloodshot Slum. Wie ein Schiff. Ich will alles. Jetzt wollen wir ja rollen wieder. Ob wir die anderen beiden auch noch treffen? Mit Sicherheit. Au! Der macht immer so'n Schaden. Badmau? Oh nein, was ist jetzt los? Boah! Boah! Style! Badmau! Und in der Tide? Und seine fröhlichsten Sperge! Wie fröhlich sie aussahen! Total glücklich! Badmau und das Merryminde! Kann Männer helfen? Anlegen? Oh, er kann ihn heben! Wieso, jetzt aber. Schön hinter ihn stellen. Das zieht ordentlich ein. Boah, er hört mich an! Er hat Zwerge vorne drauf. Muss aufpassen. Die sind fröhlich. Aber nur noch zwei. Aber wenn du hinter ihm stehst, dann ist kein Problem. Da kannst du ihm richtig Schaden reindrücken. Ich glaube, ich bin ja erst die Kleinfüte. Möcht ihr mich aufheben so, während ihr euren Fiesta feiert? Na gut. Was? Ich bin frei! Dann hat er ihn voll weggehauen. Guck mal, hier ist eine startende Luft. Er hat ein Loch vorne im Schild. Deswegen hat er die da hängen. Oh, ich schieße ihn voll auf den Arsch. Aua! Badmau ist da. Was liegt denn da alles krasses rum? Scheiß! Ich liege hier rum. Oh, ich drücke mal auf andere Sachen. Was liegt denn da vor dir an der Granate? Ich will leben! Ich will leben. Oh, die ist ja krass. Will die wer oder sonst nehm ich mir die? Ach, ich nutze eh kaum Granaten. Hier, hängt der bei euch auch dieser Kleine? Ist der bei euch hier auch in der Luft? Nee. Hier ist noch ne Leiche in der Luft, die steht da. Doch, bei mir hängt einer da. Direkt über mir. Jetzt lass uns erst mal umschauen, ob hier noch irgendwas liegt. Ich könnte hier den Schlüssel einschließen. Oh, hier, ich hab eine Kiste gefunden. Oh, geile Schilder. Minus 196 Gesundheit. Die sind ja geil. Ja, die bringen ein bisschen Kohle. Wollt ihr mit hochkommen oder soll ich sie euch alle einpacken? Ich versuch's. Oh, ich hab Gesundheit. Aber eingepackt hätte ich sie gern als Geschenk für wen anderes, bitte. Ja. Mit oder ohne Schleifchen? Ich hatte grad genau denselben Gedanken. Ach, jetzt hab ich alles eingesackt. Ich wusste nicht, dass der Kreis nachschaut. Das Problem ist, wir haben einfach... Wir wollten nur gucken, komm. Wir haben einfach viel zu viel mit Männern zu tun hier, was zoffen eigentlich. Da kommen die doofen Sprüche einfach. Oh, ich stell mich auf den Ventilator und dreh mich mit ihm. Dann sieht es aus, als würde er sich gar nicht bewegen. Oh, ich bin der Herrscher über die Bitmaps. Was? Achtung, Zugbrücke. Oh, jetzt wird's mir schlecht. So, dann gehen wir mal rein, ne? Was reinlassen? Die freuen sich da auf uns. Do it again. Do it again. Do it again. Bloodshots. Stronghold. Boah. Ich hab ein Problem, meine Milch ist bald alle. Oh nein. Bist du drin? Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Ich mag das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, dann... Sieh zu, dass Roland nichts passiert. Scheiße. Ja, ja, der Roland muss überlegen. Überleben. I like to Roland. Oh, Raketen. Oh, Raketen. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Hier ist ein ganz solcher Mod. Uh. Ich hoffe, du bist geimpft. Äh, maximale Gesundheit plus... Bruiser mit Shotgun und Helm. Naja. Wo? Schon tot. Na dann. Na dann. Wir sammeln hier noch munter die ganze Munition ein und so. Ihr kümmert euch ums Einkaufen, ich kümmere mich um die bösen Typen. Oh, wie immer. Ich kann jetzt gleich noch ein paar Waffen kaufen. Die nächste muss Amy kaufen. Ja. Mittlerweile habe ich ein bisschen Cash. Eine Hand wäscht die andere, oder? Und ich bin verdammt so... Oh. Wie, wie dreckig er lacht. Oh, ja. Richtig cool. Mein alter Chef hat immer gesagt, eine Hand wäscht die andere und beide waschen ins Gesicht. Er war ein sehr weiser Mann. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Uh. Ah. Ah. Boah. Oh, Fleischklumpen. Schieß doch, was passt da hin. Oh. Boah, ist das laut, ey. Man kann das überhaupt nicht mehr hören. Ruhe! Ja, das ist ein Musik für mich. Boah, aber bei mir ist es auch jetzt voll laut. Ach, bitte. Aber jetzt? Ungewöhnlich. Ich höre ich gar nicht mehr. Na, schlecht. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Tja! Hier, komm noch ein paar Meter nach hinten. Marf noch ein paar Meter nach hinten. Ich hab genug von dir. Komm auf die Beine. Du bist wieder da. Auf geht's. Richtig. Hi. Hier gehst du wieder in die Nähe an. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Total laut geworden. Ja, heftig, ne? Schön. Oh, äh. Wetass-Nomade. Ich hab's noch nen Borderlands-Symbol gefunden. Heil mich mal kreis. Geht das? Äh, unterwegs. Ich war grad. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Abkommt er mir. Hä? Wo denn? Granate! Kann man da? Er liegt doch schon wieder. Man muss mich auf mich schießen, um mich zu heilen. Halt! Ach so, ah! Jetzt stirbst du grade, oder? Mhm. Ne. Halt still! Zwei Waffen, ihr Schweine! Zwei Waffen, ihr Schweine! Rennen! Ich brenne! Wie geht's denn mit dem Kreis runter? Das ist nicht am Sitzen denn! Oh! 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 Das heißt, der gibt gleich auf, oder? Wie Zeitung? Wer hat da gesagt, Pluto ist kein Planet? Irgendwer ist jetzt gestorben und hat Pluto ist kein Planet? Ich belebe mich schon. Das ist immer noch so laut. Da ist ein Folterer. Hier kommt ein Eierschnacker! Ein Eierschnacker. Oh, da oben sitzt jemand an einem Turret. Oh, Banditenturret. Wäre voll cool, würde mich jemand aufheben können. Verdammt! Ich muss eben den Boozer hier. Nicht unsichtbar auf. Nicht bewegen! Ich bin dran, ja. Mit drei HP noch. Oh, das hat mich niedergerissen jetzt. Regen, hier habe ich gerade mit dem Gefall herausgehört. Sehr freut mich von dir. Du bist so glücklich. Boah, wie schnell die sind. Haben wir es jetzt langsam? Boah, ich glaube. Wo müssen wir noch hin? So, jetzt aber. Das müsste es gewesen sein. Oh, hier ist alles zerfleddert, ey. Munition, Munition, Munition. Ich könnte den ganzen Tag hier rumlaufen und Sachen öffnen. Ah! Hm. Ein normales Mitnehmen sehe ich. Liebe Bloodshots, es ist nicht zu übersehen, dass die Crimson Raiders, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Kauft bei mir ein und diese Crimson Raiders sind in Nullkommanix tot. In Nullkommanix? Das stinkt so dieses Liebe Crimson Raiders. Ja, ja, genau so war das auch gedacht. So eine eingerückte Nachricht, die man überall verteilen kann. Ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Seh dir diese mörderischen Bloodshots an. Findest du nicht, dass Gendora ohne diesen Abschauen besser dran wäre? Läuft bei dir hier auch was da runter? Mhm, total cool. Außer beim Darlokat. Dafür läuft bei mir Skill übern B. Ja. Haha. Verdammt. So eine Munition. Der Widerstand braucht auf, wo es die Roland über die Kammer gesammelt hat. Wir wissen, dass HiP hat er öffnet. Wir werden nicht verhauen. Von Suizid oder? Mhm. Da kommen noch mehr. Wo sind wir eigentlich? Ich weiß auch nicht. Ich bin hier stumpf gefolgt. Oh, hier ist so ein Wirbel. Eine riesige Schlossflug. Ein bisschen Schaden hier dann. Badass. Richtig am Ass. Boah, wie viel Schaden das macht. Oh, die ist ja. 31x14. Jetzt gehen wir einfach mal mit. Wo ist Mahoney? Mahoney? Stirnacken. Stirnacken? Stirnacken. Stirnacken? Stirnacken? Stirnacken. Stirnacken. Wir bringen es halt verledigt. Jetzt kriege ich wieder keine Munition mehr. Ich brauche irgendwie... Vielleicht sollte ich den Skillbaum nehmen, wo ich automatisch beim Schießen Munition regeneriere. Also dauerhaft, ne? Unendlich Munition, quasi. Hat meine Pistole das verdammt auch. Oh, ja. Wer schießt denn da? Einer von euch? Erhebnis, ja. Da hinten ist noch einer. Das ist ja nett, dass du gleich hinterkommst. Der Taskmaster. Alter! Hat mich erwischt. Das hörte sich gar nicht gut an. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Achso, okay. Geht schon weiter hier. Da kommen wir nicht raus! Mad Mike! Mad Mike! Ist der Bruder von Mad Maw? Oder von Mad Max. Die Kuppel. Alle Granate gelaufen haben. Vorab geworden. Doch, können wir. Hilfe! Ich könnte den Begriff Teamwork erfunden haben. Naja, wo ich recht hab. Der Charakter spricht ja aus der Seele. Naja, total. Das entspricht genau meinem Metier. Uh, ich kann wieder richtig Badass-Token nutzen. Verdammt, Hyperion! Ich hab nicht die Hälfte meiner Männer verloren, um dem meistgesuchten Verbrecher auf ganz Pantora zu entführen, damit ihr mich ignoriert! 50.000! Er geht noch weiter runter mit dem Preis. 50.000 nur noch. Den haben wir gleich! Wir haben wieder eine Pantapelbeugung! Oh Scheiße! Uh! Stopp! Da kommen immer mehr raus, ne? Da gleich wieder. Da sind Schitler! Sid und Sch Coco! Bis zum nächsten Mal.